Ganz herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde von UGH hier im Europäischen Parlament. Very welcome to the YouTube-Group of UGH here and welcoming you to the European Parliament. Ich heiße ganz herzlich willkommen mein Kollege aus Großbritannien, Mr. Khan. Und wir wollen heute zu dem Thema sprechen. I welcome my colleague Mr. Khan from the UK and we want to talk on this issue. Wir freuen uns sehr über die Kampagne in den sozialen Medien gegen Rassismus, PEGIDA, Vorurteile und Hass. We are happy on this campaign on social media project against racism, PEGIDA, prejudice and hate. Und ich erlebe das selber in Ostdeutschland. Es gibt Vorurteile selbst zwischen Ost- und Westdeutschen. Aber die Situation, die wir haben in Ostdeutschland gegenüber Ausländern, ist unhaltbar. Und es ist besonders unglaublich, weil wir kaum Ausländer in Ostdeutschland leben. Und ich möchte meinen Kollegen fragen, welche Erfahrungen er hat als Mitglied im Europäischen Parlament, aber auch als Muslim in Großbritannien. Ich möchte meinen Kollegen fragen, wie Sie diese Dinge haben, oder warum diese Situation ist wichtig für Sie als Mitglied des Europäischen Parlaments, aber auch als Mitglied der Muslimen. Ich möchte mich auf die Initiative begrüßen, die wir gemacht haben. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Wir wollen in dem 21. Jahrhundert die Europäische Union sehen, die fair und just für alle ist. Wir leben in einem globalen Dorf. Wir werden uns miteinander verbinden. Ich möchte ganz herzlich danken für die Initiative. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben aber in einem globalen Dorf. Und es kann nicht angehen, dass diese Thematik uns auseinanderbringt. Wir haben die Situation, dass viele Muslime attackiert werden zur heutigen Zeit. Und dabei sind Muslime wie andere Menschen. Sie haben, wenn wir über Werte sprechen, diese Werte, die Frage beispielsweise nach den Zehn Geboten, die stellt sich in verschiedenen Religionen, in der jüdischen, in der christlichen und in der muslimischen. Menschen werden nur aufgrund der Situation, dass sie ein Kopftuch tragen, beispielsweise angespuckt oder attackiert. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Zusammenschluss von den Menschen, die das nicht akzeptieren und die hier gemeinsam dagegen angehen. So, thank you very much. Herzlichen Dank. Thank you. Good luck. Keep up with the good work. Keep up with the good work. Das wünschen wir auch dem YouTube-Followering und UGH. Viel Erfolg weiterhin und lassen Sie uns in Diskussionen bleiben. Tschüss. Goodbye.